Zum Beispiel Mittelchen, um Falten zu glätten. Liposomen heißt hier das Zauberwort. Acht Gesichtspflegemittel mit Liposomen unter die Lupe genommen von der Stiftung Warentest. Unübersehbar die Fältchen, wenn die 40 erst überschritten sind. Wer dazu Kosmetik greifen will, muss bei den getesteten Pflegemitteln zwischen 39 und 115 Mark bezahlen. In die Haut vordringen und Falten widerstraffen sollen mikro-kleine Liposom-Kügelchen aus hauchdünnem Fettmantel und wässriger Feuchtigkeitslösung. Silikonabdrücke von behandelten Fältchen haben im Test gezeigt, so gut wie kein sichtbarer Erfolg, aber einmal ein messbarer. Hundertstel Millimeter weniger Faltentiefe. Dafür Test total gut an Juvenance von Juvena. Ebenfalls gut, weil feuchtigkeitsspendend Serum Vital von Vichy und Captur von Dior. Diese drei setzen sich mit dem Prädikat gut von den übrigen fünf mit zufriedenstellend bewerteten Mitteln ab. Die halbflüssigen gelartigen Substanzen sollen meist zweimal täglich mit wenigen Tropfen aufgetragen werden. Hier die Packungspreise der drei Besten. Ärgerlich bei allen Mitteln der Verpackungshumbug. In großen Kartons nur kleinste Flakons, inhalt meist weniger als ein Zehntel der äußeren Hülle. Tja, früher reichte noch eine Creme aus einer kleinen blauen Dose. Und wir kommen zu den Wirtschaftsnachrichten. Der amtliche Mittelwert des US-Dollar lag heute in Frankfurt bei 1,84,47 und in New York bei 1,85,20. Die Feinunze Gold kostete in London 387,40 und in New York 386,25. Der Dow Jones Index stand bei Börsenschluss an der Wall Street bei 2.603,89 Punkten. Das sind 19,47 Punkte weniger als gestern. Heute ist der 9. November 1989, ein Tag, den wohl unsere Schulkinder alle jetzt lernen werden müssen und den wir Älterer auch nicht vergessen werden. Das war RTL Aktuell Extra, eine verlängerte Nachrichtensendung aufgrund der Ereignisse, die uns heute Abend so positiv überrollt haben. Eine Sendung der gesamten Nachrichtenredaktion von RTL Plus. Wir beide in Vertretung verabschieden uns von Ihnen und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Hotel. Hier steht das ganz große Geld auf dem Spiel. Und der ganz große Spaß. Da kann man Land kaufen, Hotelkonzerne aufbauen, ein Vermögen gewinnen oder verlieren. Ich hab nicht genug Geld. Dann verkauft das Royal. Reserviert für nur einen Gewinner. Hotel. Das Fünf-Sterne-Spiel von MB. MB präsentiert. Eine Reise von Planet zu Planet und 2000 Fragen im Spiel des Wissens. Für Chancengleichheit sorgen zwei Schwierigkeitsstufen. Als Ziel winkt Galaxia, die schönste aller Welten. Das Spiel des Wissens von MB. MB präsentiert. Na, du kleines Schnitzel, hm? Nun, was meinen Sie? Wer war denn das liebste und süßeste Baby? Ja, schicken Sie es raus mit Therapy. Da, 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 da. MB präsentiert. Noch nie gab es so viel Action in einem einzigen Spiel. 14 verschiedene Spieldisziplinen. Da muss eine nach der anderen bewältigt werden, um als Sieger dazustehen. Das Spiel der Spiele von MB. Hallo, holen Sie sich bitte Papier und Bleistift. In einer Minute brauchen Sie es. Also, bis gleich. Aber nicht gucken, Herr Detzmeier. Nein. In welcher Hand ist dein linkster Saft? Der frisch gepresste? Mhm. In der Hand. Ganz richtig. Und in der Hand? Valensina. Oh, da hätte ich mich auch gefreut. Aber der ist doch nicht frisch gepresst. Nein, der ist aus Konzentrat. Aber Valensina schmeckt fast wie frisch gepresst. Mhm. Das kommt von dem Anteil an Spätapfelsinen hier. Entweder frisch gepresst oder Valensina. Oder alle beide. Oh, wenn Sie sehen, was hier drin ist, werden Sie Ihr altes Waschmittel stehen lassen. Hier, Ariel Ultra. Es ist das erste Waschpulver, das eine ganze Ladung Schmutzwäsche wegschafft. Mit nur so einem Löffel voll. Bisher habe ich so viel gebraucht. Ariel Ultra macht's mit so wenig. Deutlich weniger. Denn die Ariel-Forscher haben an die Umwelt gedacht. Und ein neues Waschsystem entwickelt. Die Arielette bringt Ariel Ultra mitten in die Wäsche. Vorwäsche überflüssig. Ariel Ultra geht den Schmutz direkt an. Und löst ihn dann behutsam aus den Fasern. Die Wäsche ist echt sauber. Ultra rein. Und mit nur so wenig Ariel Ultra. Das sollten Sie einfach ausprobieren. Besonders, wenn Sie umweltbewusst waschen wollen. Das neue Ariel Ultra. Erstaunlich klein, erstaunlich rein. Okay. Chicago Flughafen. Ein Mann geht zu seinem Flugzeug. Plötzlich wirft er seine Pläne um. Eine Stunde später stürzt die Maschine ab. Zufall? Texas. Mehrere Leute melden ein UFO. Es gab kein Gewitter. Trotzdem behauptet man, es war nur ein Blitz. Ein Blitz? Timelife enthüllt Geheimnisse des Unbekannten. Eine faszinierende Buchreihe, die weit über die Grenzen unserer Vorstellung geht. Entdecken Sie die ältesten Rätsel der Menschheit. Und werden Sie Zeuge von unglaublichen Ereignissen. Stonehenge. Ein Besucher formt ein mystisches Symbol aus Draht und richtet es auf den Stein. Plötzlich trifft er ein Schlag und er bricht ohnmächtig zusammen. Sind das Täuschung? Entdecken Sie Geheimnisse des Unbekannten. Rufen Sie uns an, dann erhalten Sie Ihren Ansichtsband zehn Tage kostenlos. Ich habe dieses außergewöhnliche Buch für Sie reserviert. Rufen Sie mich an zum Ortstarif. Wählen Sie 0130 3232. Ich bin bis zwei Uhr für Sie da. Und morgen ab 8.30 Uhr. Sichern Sie sich Ihren Probeband jetzt. Wählen Sie 0130 3232. Es lohnt sich. Das Super-Sonderangebot. Der CD-Player 8800E von PILZ. Japanische Spitzentechnik zum Super-Sonderpreis von nur 399 Mark. Inklusive zehn CD-Oldies von Elvis Presley bis Jerry Lee Lewis. Rufen Sie an. Jetzt. 08166 30200. PILZ. Kranzberg bei München. Wenn vollendetes Design und technische Perfektion sich treffen, entsteht ein Klassiker. Der Parker Duofold. Wenn du liebst, dann gib deinem Gefühl einen freien Lauf. Lassen auch sie sich von dieser Musik verführen. Darauf haben sie bestimmt schon gewartet. Eine Chance für die Liebe. Das Album mit den schönsten internationalen Love Songs. Für mehr Spaß an der Liebe. Aus dem Jahre 1968 sehen Sie jetzt einen Kinofilm von Ulrich Schamoni, der heute übrigens seinen 50. Geburtstag feiert. Herzlichen Glückwunsch von hier. Ulrich Schamoni hat mit uns, das war damals die alten Instabox, und den Jakob Sisters Ende der 60er Jahre in schwarz-weiß diesen Film gedreht. Und zwar, der zeigt uns so, wie wir damals gewohnt und gehaust und geliebt haben. Das bin übrigens ich hier mit einer, das ist die Hannelore, ja. Und was da alles passierte, das weiß ich selbst nicht, das schaue ich mir jetzt auch an und bin gespannt. Aber bitte, bitte, denken Sie, 22 Jahre sind uns alle nicht in den Kleidern hängen geblieben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017